It's time to talk Hey Freunde, willkommen zu diesem Test. Wir haben hier eine riesengroße Fontäne von Klasek und zwar ist es eine Spinner Fountain oder Fontäne halt. Gekostet hat sie 13 Euro, so wie es auch drauf steht. Wir haben eine NEM von, muss ich lügen, 150 Gramm und es ist eine drehende Fontäne, sprich sie hat hier unten so einen Plastikfuß und dann dreht die sich halt. Was die kann, weiß ich überhaupt nicht, habe ich noch nicht gesehen und deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach mal raus zur Zündung der Spinner Fountain von Klasek. So Freunde, wir versprochen jetzt die Spinning Fountain für 13 Euro und schauen wir uns mal an, was die Spinnung gebraucht hat. Ich kenne sie nämlich noch gar nicht. Ich kenne sie einfach mal raus. Ich kenne sie einfach mal raus. Ich kenne sie einfach mal raus. Die haben es schön, schön geworden, wenn sie sich gedreht hätte, aber so leider ein No Go. Tut mir leid. Das ist ein L陽! Untertitelung des ZDF, 2020